west westen westen insgesamt drei vorbereitungs missionen haben wir noch und dann kommt das finale ich brauche muni erstmal hat mein auto geklaut nicht cool kommen wir doch das ist mit meiner karte gemacht ich war bis ein clinch mit der polizei ja ja mann ich lese nur einmal unten und schon krach ich entgegen ja immer so warte bis das ziel geht oh der special hat es schon ausgelöst ja ja du musst warte ja ich warte ja ich warte ach man die hat jetzt ne klatschschnecht die auto oh ne du hast du dich nicht abgeschickt was soll ich denn mach hehehe ja ich habe drei bull am hals hier und was soll denn das da ist hier ein aktenkoffer denn was sagt äh das sagst du mir jetzt achtenkoffer keine mehr holen dir denn ich habe hier Ganges und polizei im hals nimmer schießen nimmer schießen nimmer schießen nimmer schießen nimmer schießen nimmer schießen ich schieße gar nicht glaub ich sei wieso der ist auch gelungen ne fahr 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 und das bringt mir nix ich habe ich habe jetzt die kopf abgeschüttelt versuch läster anzurufen es geht nicht es ist gerade schon versucht einmal ah warte mal da ok alles klar das war knapp was war knapp der special der kalaf hätte fast ein polizei auto gerammt jahre ja da wurde kauf ist sowieso viel cooler ja im prinzip durch das ist der netz so schnell ist fahrt man auch viel sicherer das ist eigentlich fast immer so glänke ich es gibt außer der autark das ist der einzige schnelle wo auch wo das sich dann immer noch gut lenken lässt alle andere wäre ganz unruhig und wenn du ein bisschen arg lenkenst dann kriegst du ab und das ist halt bei so ein bisschen langsamere und wenn es dann halt unfallfrei schaffst du vielleicht schneller sogar wie der mit dem schnellauto auf längere strecke vielleicht außer autobahn ja da passiert halt nicht so viel auch immer noch keine minigun munition ganz schlecht ganz schlecht aber personalisierte in der munsch die sind die richtigen was soll ich mich zitieren warum Ich habe gehört, der schwarze. Dann kann ich schnell mehr mit dem Panzer drücken. Da ist ich random mäßig da. Von wegen Panzer. Die Frontscheibe ist schon kaputt. Leicht gepanzert. Ich liebe es nicht Spaß. Das ist ziemlich ein Bild. Nicht schön, aber nicht schön. Von dem Bauer nicht. Nein, keine Existenz. Nein, naja, danke, Herr Bogdan. Kein Mensch will Clifford runnen eine flotte von Kullcars mit 50-cow-minigun und Rear-Grenade-Lunchers. Das wäre wie eine Rideshare-App für Wohlfalt und Verwalt. Aber wir nicht, weil wir ihn verraten. Wir müssen ihn verraten. Und wir können ihn später benutzen, oder mit jemandem etwas weniger genocidisch. Okay, es dauert etwas Feuer-Power um ein Heavily-Armed Helikopter-Convoy zu bringen. Wir haben Ihnen Mark II-Sniper-Rifeln mit Explosive-Rounds. Ihr habt ein großes Verraten-Protz, okay? All right, so you know, be careful where you aim them. The barrage is suspended from a twin rotor heavy lift chopper. Think about where you bring it down. You'll need to get in there to collect. Speak when you reach the observatory. Well, I'll speak. You'll need to get in there. Warte, am Hinterhalt auf dein Team. Jetzt! Komm! Komm! Okay, Feuer! Wer ist denn? Was ist denn? Abstoß. Ne, noch nicht ganz. Jetzt! auf jeden fall ist klar auch doch durch kurzem tüten im auto wenn ich kurzem muss drastisch nicht kurz rum was sieht das ist dann durch der gegenwind rausfliegt feindschopper machen denn alle hat auf uns ja genau das wollte ich vermeiden wenn der auto in rammel wer ich mache das schon Warte. Versuch, der Oberkommel gleich Autos. Oberhalb. Jawohl. Tschüss. Warte. Hallo, rechts. Zu steil. Zehnert. Penner, schießen auf mich. Yeeha. Wow. Na. Yeeha. Oh ja, natürlich. Nein. Nein. Sorry, ey. Scheiße. Das geht schon bis zu einem gewissen Punkt. Ja, mein Fehler ist, dass ich halt ein anderes Auto genommen habe. Eine zivile Karre. Ja, passt. Wir können gleich losfahren. Ja. Einer kann hinten noch drauf. Special ist hinten drauf. Wie kann ich ans GMG? Ich muss seitlich reinspringen. Oh, ernsthaft? Alles klar. Los geht's. mit. Was thinking das macht das dann aus und concealer, glaube ich, aber Hey! Bop bop! Bop bop! ... Alter Finne! Das ist eine Gun! OUCH! Ayyayayay Ja, komm noch Begner. Oh, bleib mal. Ich kann nix machen. Ich seh nix. Sorry, sorry, sorry. Lass mich aussteigen, warte. Nein, nein. Helo voraus. So. Oh, ich brauche Wester. We need to wipe her out. Ich bin. 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 Transaktion Failgestalt für die Rockstar Ja, das stimmt bei mir auch Was ist das denn da? Scheiß drauf